Das hier sind die aktuell wahrscheinlichsten 1.21 Updates von Minecraft. Ein Biom-Update. Minecraft veranstaltete in der Vergangenheit einige Biom-Community-Votings. Die Filiere des Votings sollten laut Entwickler aber trotzdem noch im Laufe der Zeit dazukommen. So sind die Biom-Updates Wüste mit Erdmännchen und Palmen, Savanne mit Affenbrotbäumen, Termiten und Straußen und auch die Tafelberge mit einem neuen Kaktus, Steppenläufern und Geiern immer noch offen. Nummer 2 wäre ein End-Update. Bereits vor einigen Jahren hat Minecraft mit einem Tweet bestätigt, dass das Ende noch deutlich mehr Potenzial hat und sie dieses auch noch ausschöpfen wollen. Nachdem also der Nether und nun mehrfach die Overworld geupdatet wurde, könnte nun das Ende anstehen. Die letzte Möglichkeit wäre ein Kampfsystem-Update. Der Minecraft-Entwickler Jeb arbeitet jetzt bereits seit 2 Jahren an einem völlig neuen Kampfsystem für Minecraft, welches das aktuelle komplett verändern soll. In den Test-Snapshots gab es unter anderem neue Verzauberungen für die Axt und verschiedene Reichweiten der Tools und Waffen, für welches Update würdet ihr euch entscheiden?